Die Saudi-Arabische Diktatur als Retter des Dollarsystems Als 1971 die Golddeckung des Dollars abgeschafft und 1973 die festen Wechselkurse der internationalen Währungen untereinander aufgehoben wurden, geriet die globale Finanzherrschaft der USA ernsthaft in Gefahr. So schloss man ein Abkommen mit dem Königshaus Saud, der Herrscherfamilie des Königreichs Saudi-Arabiens, einem der rückständigsten und grausamsten Regimes der Erde. Die USA verpflichteten das Herrscherhaus, Öl, die meistgehandelte Ware der Welt, ab sofort nur noch gegen Dollar zu verkaufen und die Überschüsse in US-Staatsanleihen anzulegen. Im Gegenzug garantierten die USA unbegrenzte Waffenlieferungen, Schutz vor den Feinden wie zum Beispiel dem Iran und vor den eigenen Untertanen. Somit knüpfte die US-Regierung das Schicksal ihres globalen Finanzsystems auf unbestimmte Zeit untrennbar an den Fortbestand einer der schrecklichsten Diktaturen der Erde an. Und die Nähe Untertitelung des ZDF, 2020